so jetzt kommt so ein richtiger knaller oder ich weiß noch nicht muss mal probieren ja also ein mann kommt zum arzt und sagt ich habe schmerzen wenn ich koffi trinke und da sagt der arzt haben sie schon mal probiert den löffel zu nehmen so ich habe eine schöne mütze auf und da lang geht es zu unserem hitler song freelance on the shirt supergeiles video hier lang geht es zur aktuellen folge onkel bernis putzen mit wolfgang lippi lippert und hier oben kann man irgendwo abonnieren also tut es kräftig vielen dank